Und? Was hält Sie nachts wach? Bei Schlafproblemen hilft Baldri Paran stark für die Nacht. Es beschleunigt nicht nur das Einschlafen, sondern fördert auch das erholsame Durchschlafen. Baldri Paran. Natürlich Durchschlafen. Erholt in den Tag starten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Herzlich willkommen zu Ad Hoc 24 vom 18. Januar. Der US-Hersteller Moderna will noch in der ersten Jahreshälfte eine Zulassung für einen RSV-Impfstoff für Erwachsene ab 60 Jahren beantragen. Der Impfstoff habe vielversprechende Ergebnisse in der für eine Zulassung nötigen Phase-3-Studie gezeigt, teilte der Konzern mit. Die Boten-RNA wird in dasselbe Lipid eingepackt, das auch für den Covid-Impfstoff verwendet wurde. Da RSV vor allem auch für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich sein kann, laufen weitere Studien für Kleinkinder, Schwangere und eine Reihe anderer Bevölkerungsgruppen. Bereits häufiger wurden Antikörper gegen SARS-CoV-2 in der Muttermilch nachgewiesen. Nun ist es einem Team aus Florida gelungen, die Antikörper in Stuhlproben der gestillten Säuglinge nachzuweisen. Demnach könnte das Stillen die Neugeborenen vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen. Das Team geht davon aus, dass nicht nur IgG-Antikörper resorbiert werden. Über die Brustdrüse würden zudem IgA-Antikörper produziert, die in den Schleimhäuten für einen Schutz sorgen und beim Stillen ebenfalls auf das Kind übertragen werden. 50 Cent sollen Apotheken nach den Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach abrechnen können, wenn sie wegen Lieferengpässen Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin halten müssen. Der Union geht das nicht weit genug. Sie fordert eine höhere Prämie. Dienstleistungen in Apotheken, die zur präventiven Vermeidung von Lieferengpässen dienen, sollten kostendeckend vergütet werden. Außerdem müssten ApothekerInnen bessere Möglichkeiten erhalten, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse bei der Herstellung von Arzneimitteln für die Versorgungssicherheit nutzen zu können. Seit Januar sind sowohl die Grippe als auch die Corona-Schutzimpfungen eine Regelleistung in den Apotheken. Wenn dieser Service angeboten werden soll, muss bürokratische Vorarbeit geleistet werden. Neben den richtigen räumlichen Voraussetzungen muss auch geschultes Personal vorhanden sein. Grundsätzlich gilt, ApothekerleiterInnen dürfen nicht mehr durch PharmazieingenieurInnen vertreten werden, wenn in der Apotheke Impfungen angeboten werden. Darf ein mit Globuli gesüßter Eistee als Lebensmittel verkauft werden? Apotheker Dr. Christian Feske aus Hagen ist überzeugt, dass das nicht geht, weil es sich dann um ein Präsentationsarzneimittel handeln würde. Er hat nach einem Beitrag von MyThinkX die Aufsichtsbehörde eingeschaltet. Doch weil der Homöopathie nur eine Erfindung des Wissenschaftsmagazins war und gar nicht wirklich vertrieben wird, hält die sich mit einer verbindlichen Aussage zurück, sehr zum Ärger des Apothekers. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017